und damit herzlich willkommen zurück zu tates of graces f weiter geht's im letzten paar haben wir so ein bisschen eine ahnung jetzt egal wir sollen uns jetzt zum schloss barona begeben die tun ja auch und wo geht's fertig ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ja, er hat falsch gehandelt. Okay, er hat falsch gehandelt. Ist schon richtig, was Sherry ja gesagt hat. Geile. Aber... Ich sehe es wieder. Ähm... Er hat ja auch versucht, Richard. Seine Meinung ändert quasi. Aber, naja, Richard wollte ja nicht hören, aber es war ja nur, weil er... ...und, naja... ...und irgendwas, ich sag mal... ...besessen ist ja auch so. Nennen wir es mal so. Schöne gern... ...und, das ist schon aufgeregt. Das... ...und, das bleibt sogar richtig. Das war für den Fadenstil. Die finde ich der Fadenstil ist. Die Fadenstil ist gehandelt. Das war für den Fadenstil. Ach, ich sollte nicht dazu kommen, bitte. Ich mache für den Fadenstil. Ok, sie sind auch gut! Auf dem dummen Schloss Barona... Hey! Ich weiß es selber nicht, meine Name... Juhu, gewonnen! Juhu... 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 Schau mal, was es hier noch so geht... Muschelschale! Na, schön... Soll ich mit einer Muschelschale? Muschelschale! Absolut... Ja, ich habe nichts für mich! Ich bin ein Dazult-Erkst! Ja, ich bin ein Dazult-Erkst! Entscht mich vor mir, wie ich mich... Ich hoffe, der Kapitän Malik ist gut. Er liebt wirklich den Kapitän, oder? Es ist mehr als das. Ich erhebe ihn. Er hat mir alle Sachen gelernt, um zu sein, eine Nacht zu sein. Also, was ist die Nacht zu sein, oder? Hat es alles Spaß gemacht und erfüllt mit Teenage Pranks, oder was? Nicht wirklich. In der Fall, ich hatte viel Zeit, um zu spüren. Nein? Die Instruktoren und Studenten waren alle auf dem gleichen Ziel. Meine sieben Jahre dort einfach... ...liefst mich. Das ist nicht so schlecht für mich. Was denkst du, Sheria? Was? Das ist die Schule-Tagel-Tagel-Tagel-Range. Ganz hierher von Schule. Hahaha, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Nein, nein! Folg mir hin! Vorher... Ich will das rote Band mit. Ich will es gar nicht mit. Rein die Katagonten. Oh, da war ein Gegner. Komm her. Warte, Blatt, du Flittermoos! Komm schon! Geht doch! Als Jungs geht doch! Oh, du hast endlich meine Großartigkeit! Lass uns mit einer Hustung verletzen! Wir waren weg! Aber da stand sie alleine da. Ich sehe nichts, Kamera bitte! Mach was! Ähm... Ähm... Oh, hallo! Ja! 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 Juhu! Ja! 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 Du hast noch einen Stern bekommen... Also bei Esper im Titel blablabla noch einen Stern bekommen wenn du verstehst was ich meine... Gott verdammte Scheiße nochmal... Gib dich ins Schloss Parola, ja ich bin doch schon unterwegs! Hallo? Neun Sekunden und wir haben... Hm? 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 Was gucken? Na wir sind zu viert, ok passt Erst bei alleine mit drei Weibern... Oh mein Gott, oh mein Gott... OBen, du stehst mit mir... Oh, du hast mir leid... Ich weiß, der Spiel ist nur aufrecht... Was? Äh, Hilfe! Geh weg! Wir müssen einen anderen Weg suchen! Dann such doch! Mysteriöse Flüssigkeit, ähm, gibt's die hier auch, wa? Kernstaub, äh, kann ich ja nicht genug kriegen, wa? Hallo, Bausfleer! Was ist denn ein anderer Weg suchen? Was ist denn ein anderer Weg suchen? So was für offene Spiel weg gehört! So was für offene Spiel weg gehört! Äh, ja... Irgendwo ja noch nicht, wa? Hallo? Oh, ja, genau! Aaaaah! Ach so, das Spider-Punkt! Wie ist Spider-Punkt jetzt hier noch? Ah! Ja! Asbel, du bist hier. Wie kannst du sehen, wir wurden ambushed, und alle meine Männer slagen. Ich alleine managed zu überleben. Dieses Ort ist gefährlich. Du solltest uns das von hier ausziehen. Impossible. Ich muss mich mit meinem Onkel persönlich zerstören. Na! Na dann, lass uns zumindest mit dir zusammenkommen! Sehr gut! Richard hat uns angeschlossen. Oh, kämpfst du jetzt mehr nicht, mein Freund, ja? Möchtige, liebe Atomame! Ah! Bist du jetzt noch? Ah! 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 Was?! Schieben! 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 Gibt's noch irgendwas Wichtiges? Ja, ein Dolten. Gibt ein Dolten. Super. Halbdolten. Ja, gut, aber ein Halbdolten. Kann ja noch reden. Ich will... Ne, ich... Ich will nicht sterben, aha. Äh, wenn du so weiter rumliegst, wirst du's aber tun. Tut mir leid, aber was ist denn? Ey, hier geht's nicht weiter, was soll denn die Scheiße? Warte, warte mal. Muss ich vielleicht schieben? Ah, ja, wusste ich doch. Muss schieben. Du musst schieben! Nein, musst du nicht. Ah, ich weiß schon, worauf was uns hinausläuft hier. Ja... Äh... 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 Ui... Äh... Äh... Blubb. Äh... Äh... Das war sogar richtig... Cool. Blubb... Ne... No! Stop! Don't come out! Richard, are you all right? Are you hurt? It's the wound you took at Wall bridge, isn't it? Or is it the poison you told me about? The one given to your father? Ja, mein Junge versucht mich zu verabschieden, und wie ich erwähnt habe, er machte das gleiche für mich. Aber wenn das nicht funktioniert, er kam zu uns direkt. Ich werde ihn bezahlen. Er wird kursiert den Tag, er versucht mich zu verabschieden. Richard... Wir haben genug Zeit verabschiedet. Jetzt geht's nicht! Meine Pause! Nein! Gibt's keine Pause! Ach, du mich auch, Junge! Können wir doch einfach mal eine Pause! Wir liegen doch schon so viele Tote! Hä? Was? Entdeckung? Ich hab eine Entdeckung gemacht! Seelingsvase! Das haben wir noch eh noch vorhanden. Da, ja! Oh, Sheria, das fühlt sich großartig! Was ist das? Ich habe noch nie gehört von diesem Methodenheilung. Es ist Acupuncture! Acupuncture? Was macht es? Oh! Oh, das fühlt sich wirklich gut! Ich weiß nicht, ich werde es noch studieren. Woah, warte ein Moment. Du hast mich performieren einen Träten auf dich, und du nicht wissen, was es macht? Was ist das? Huh? Die zwei sind wieder in ihrer eigenen kleinen Welt. Suche fantastische Gesichter, nicht wahr? Ein Schade, nur eine bleibt in Kontakt. Entschuldigung. Ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht wirklich nichts über Antiken. Okay. Dann sage ich jetzt mal nichts zu. Oh, was? Hier ging ich ja runter. Dann ist wahrscheinlich hier nochmal die andere, nach, die andere Richtung. Juist nicht. Ah. Ehh, ehh. Ehh, ehh. Ehh, ehh. 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 Haa. Floop. Ehh, ehh. Ehh. Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Ich glaube, ich mache gleich einen Cut, Leute. Minchinskinder. Hup. Äh, 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 ein. Hup, hau. Lass uns mal raufen. Flupp. Flupp. Flup! Und... Flup! Wundabba! Und es ist so jetzt auch... Ah! Was? Schlengler-Kristall... Was zum... Geier! Ja... Die Ernste Ruhe will ich noch an... Aber nicht jetzt... Ey, hier ist alles so verzwickt... Können wir mal sagen, warum das hier so verzwickt ist? Flup! 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 Es ist ja wirklich... Lecken mich doch am Arsch! Jetzt muss ich das Ding da drüber führen, ey da! Da rum! Ey, das ist doch nicht wahr! Wuppa! Und... Wuppa! Und... Wuppa! Und... Blup! Er kommt! Wuppa! Da ist die... Mh... 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 Ciao!